willkommen zur let's play super mario bros 2 hier in welt 5.2 haben wir letztes mal aufgehört und jetzt geht es weiter ich habe noch mal ein bisschen gespielt und mir ordentlich leben gefahren so man sehen kann 21 ja wir haben alle continuous 21 leben das was ich ausprobieren wollte ich habe bei dem bonus spielen ein bisschen mit safe states gearbeitet um uns ein bisschen was vorzubehalten und jetzt sind wir hier damit wir dieses spiel auch mal durchspielen können nicht immer jedes level dreimal spielen müssen um wieder hin zu gelangen denn das ist wieder für euch noch für mich besonders spannend so passt es okay wir haben die tür noch ich weiß das gar nicht mehr genau was will ich denn bombe gott noch eins so und sprung und sprung und sprung und sprung und sprung und und eine feuerblume ohne ohne okay aber die sollte ich eigentlich überspringen können so jetzt zum beispiel als man es gerade hinter mir donnern hört ja es ist gewitter das wetter spielte ziemlich folgt oh mein gott der bewegt sich ja noch weg ich sagte weg so hier waren wir glaube ich auch schon die hange kommt mir zumindest bekannt vor ja genau kommt gleich nämlich die stelle mit den zwei komischen feuer fritzen da genau die beiden ok schieß mal ja passt sehr gut ich glaube in dieser ranke waren wir auch safe da war jetzt mal kein käfer oder aber hundertprozentig war da kein käfer letztes mal schon gewundert dass es so einfach ist aber da war da schon einfach beim spread limit untergegangen oder so macht nix macht nix macht nix und meine lieblings stelle opa so wir mussten hier rein ich bin gespannt ob ich es einigermaßen hinkriege ja sehr gut ok boss oder naja ein birdo können wir den fisch eigentlich auch werfen opa 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 nehmen wir den fisch ouch keine gute idee au ok also müssen wir dafür scheinbar so nicht treffen gut ok gut zu wissen dann ist es nicht das problem misst wegen voll daneben guck mal nach ob ihr noch was ist ne ich hatte wer vielleicht immer noch ein pilz oder so ah der fisch respawned treffer treffer und treffer nein na komm gib mir noch ein ei genau so und zack ja gesagt fisch abwarten und so kugel dankeschön mach auf mach auf wow der sturm geht da hier voll ab gerade ziemlich übel ähm ja ich werde mal kurz das fenster zu machen einen Augenblick bitte so da bin ich wieder entschuldigt bitte kurz aber ich hatte keinen bock dass es hier gleich bei mir reinregt wird das muss ja nicht sein welt 53 wir sind gespannt was uns hier diesmal erwartet der anfang kommt mir bekannt vor mhm möchte ich da oben hin weiß es gar nicht komm ich da überhaupt hin äh ah der kann ich auf denen da laufen oder so oh mein gott ah ein elixier okay wow das ist aber kein lustiges level oh stern den will ich haben und hier will ich die sachen mitnehmen gut aber noch ne okay haben wir ja zwei türen erschaffen den pilz will ich auch noch haben und die kirche na so haben wir denn hier das sieht komisch aus den laufen wir mal ganz schnell dann erwischen ist die bomben nämlich auch nicht sagte er und hatte voll in einer rein tür bohrers münze okay würde da ausgehen aber vermutlich jetzt hier gleich die bomben führen ne das war nicht gut können wir die neu zum spawnen bringen oder so ah boah ja können die neu zum spawnen bringen aber so wird das nix so müsste das aber klappen oh ne so hat's geklappt sehr schön und die werfen wir da hin und dann müsste es wieder frei sein dankeschön und hier weiter laufen ja oh okay ist da irgendwas ne Moment mal hätten wir einfach da hinten lang gehen können oh bitte was ist das pilz in der vase oh mein gott da kommen ja bomben raus ja das ist eine base wie die mit den schallgeist letztes mal klar so brauchen wir den pilz wow ich habe eine idee wollen wir den vielleicht hier hinsetzen damit die bomben nicht so weit weglaufen so und jetzt können wir den nämlich hier so ja was klappt haben wir denn hier drin oh ein tür und eine menge münzen eins nö keine münzen warum nicht warum achso haben wir vielleicht schon wieder genug sind wir wieder am cap ja vermutlich ne wir haben einiges eingesammelt wir haben ja einige münzen gesammelt in diesem level ist ja wahrscheinlich wieder in diese komischen ähm buchstabenreihenfolgen rankommen hilfe uhr ouch die machen immer noch schaden da war ja was lustig finde ich das jetzt hier nicht überhaupt nicht noch bestimmt das ding hier kaputt machen oder also könnte ich schon aber ich würde müsste es halt dafür erstmal treffen ne so muss wahrscheinlich hier wieder hoch ja kommen die da runter ja kommen sie ouch aua gut ah wir haben genug Leben übrig wir haben genug Leben ach Leben übrig woher kommt denn daher oh nö nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut nicht gut hab ne Idee ja komm ich gar nicht durch schade Warum denn nicht? Ich möchte gerne das Herzchen da oben haben, aber da kommt das Shagai da runter. Das ist natürlich auch doof. So. Jetzt schwebt das noch irgendwo. Ich glaub zwar nicht, dass ich so viel Glück haben werde, aber... Das ist natürlich jetzt echt fies, dass die jetzt da so komisch laufen. So, das hat funktioniert. Was war das? Vielleicht die Bombe gerade irgendwo hochgegangen oder so. Ich schätze jetzt einfach mal ganz dreist. Oh, nö. Okay. Ja, sehr schön. Dann bist du nämlich weg. Aber du spawnst sofort wieder nach. Warum auch nicht? Wow. Das ist echt fies. Obwohl, wir können natürlich hier lang gehen. Klar. Weil spawnt das da recht wieder sofort neu. Nein, tut es nicht. Sehr gut. Warum auch immer es das nicht getan hat. Aber jetzt spawnt es bestimmt wieder neu. Immer noch nicht. Gut. Diese Bildschirm-Transition muss ich mir immer erst noch genauer einprägen. Das ist so ungewohnt. Ist es doof, da oben hochzuspringen oder was? Ach komm. Wir gehen einfachen Weg. So. Frostzeit? Was haben wir hier noch? Irgendwo ein Herz oder so? Wäre halt echt cool. Hallo? Nehm dich mal mit. Katz. Ach so, wir wollen hier auch wieder nochmal weitergehen. Da gucken wir uns hier mal eben die Uhr. Okay. Nein! Das ist reicht. Schade. Gut. Aber ich meine, wir haben wieder volle HP. Und... Guck mal her. Und wir fliegen erneut über den schwarzen... Gruben, Graben, Dings. Autsch. Das ist echt viel. Okay, wir können auch ohne den Typen dahin fliegen. Der Teppich hält so lange. Okay. So. Wir fliegen dies fort mit. Und fliegen diesmal etwas weiter unten. Obwohl, nee, die war weiter oben. Und wenn wir jetzt nur eher fallen, können wir noch ein bisschen die Strecke ausnutzen. Ja, das geht doch gut. So wollen wir noch hin, ne Uhr, oder nicht? Ne. So, kommen wir da jetzt auf die untere Wolke. Wahrscheinlich, ne? Ja. Und den werfen wir mal da hinten hin. Möglichst mit dem Shy Guy. Ähm. So. Dann nervt er uns nämlich nicht. Hallo, Birdo. Du schon wieder. Nimm das Ei. Und nimm das Ei. Und nimm das Ei. Voll auf den Kopf. Bam. Herzchen brauchen wir nicht. Oh, noch ein Boss. Okay. Was bist du denn? Wie besiegt man den denn? Ich glaube nicht, dass wir die Felsblocken fangen können, oder? Autsch. Okay, die tun so schon mal weh. Ah, aber so kann man sie halten. Okay. Dann müssen wir uns erst auf die Haufe springen. Autsch. Als ob der mich getroffen hat. Ernsthaft. Autsch. Fiese Krabbe. Okay. Weiter Versuch. Nehmen wir den. Zwei. Und den nehmen wir auch. Ne, den nehmen wir nicht. Aber den nehmen wir. Drei. Okay, der braucht mehr, oder? Der hält ein bisschen mehr aus, der Krebs. Na, der hält ziemlich viel aus sogar. Schmeiß mal tief, bitte. Schmeiß mal tief. Danke. Danke. Da. Tschüss. Krabbe. Achso, kann mich schon wieder bewegen. Genau, da war ja was. Mal gucken, ob wir wieder Glück haben. Jetzt hältst du jetzt, arbeite ich jetzt nicht. Ja, ich bin da mit dem Part. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Tschüss. Vielen Dank.